Das war mein Klassenwechsel. Mein geiler Klassenwechsel. Das ist nicht in Ordnung. Wo ist denn das? Da, Ruftrommel. Was brauche ich denn nicht? Komm, Poseidon geht weg. So, zack, 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 zack. Die Szene ist immer die gleiche. Das war mein Drachen. Der ist auf jeden Fall lustiger. Hä? Da kann ich überlanden jetzt, oder was? Kann ich schnell fliegen? Turm der Monddeutung. Ferrolia. Da ist der Vulkan. Was ist das da? Der Dschungel der Vision. Hä? Ja, stimmt. Was ist da hinten eigentlich? Kann ich da auch irgendwo landen? Ne. Was sind die Dinger, die wo angegeben sind? Was ist das? Stachelige Heide. Das war eine Stachelige Heide nochmal. Ah ja stimmt, dieser Sumpf. Kristallwüste. Wir werden halt das überhaupt nicht danach ausschauen, wenn das hier den Drachenherrscher gehört. Das lustigste war ja sowieso. Mein Meister ist tot. Nie, 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 nie. Warte mal. Wo sind sie jetzt eigentlich hin? Ist das da? Das da ist es. Hier landen. Ich bin doch nicht so dämlich ein Gegenstand für Klassenwechsel. Hm. Ich bin gerade überlegen, ob ich hier nachschau, wo ich den Scheiß finde. Ich meine, wenn es nur drei oder sechs Stück davon gibt. Wäre das nicht so geil? Oder habe ich vielleicht schon was? Aber es bringt mir halt nix, wenn ich die dämliche Feinde habe. Verdammt, warum lässt du dich fangen? Verdammt, warum lässt du dich fangen? Ach stimmt, ich konnte ja vorher nicht nach. Ich musste ja hineinfliegen. Aber eins ist auf jeden Fall gewiss. Diese ganzen Herrscher lassen viel zu gerne Statuen von sich bauen. Ich habe kein Geld fürs Volk. Das kann nicht friedlich und gut leben. Aber ich habe keinen Grund. Du bist zu weit, Krimson-Wilder. Es ist besser nicht, dass ich nichts zu fangen habe. Tag von 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 Tag. Wer tut her? Schaut mal, was ist das? Ich würde ja gar nicht auswählen. Da bin ich auswählen. Ich bin auswählen. Ja, ich weiß, es bringt mir trotzdem nichts, aber egal. Ich mach mich jedes Mal fertig, Alter, wenn da zwei von denen drin stehen. Kaufen! Sieht gut! Und übrigens, danke für den Tipp. Ich liebe dich! Oh, gut, du hast ja auch zwei verschiedene Klassenwellen, ne? Hm, komm wieder! Also, wo ist die Waffe, um zu suchen? WTF? Oh, gute Wahl! Oh, Handschuhe, Kriegshandschuhe. Oh, scheiße, das ist für alle! Oh, gute Wahl! Oh, gute Wahl! So, verkaufen. Ausrüstung. Häschenkleid. Mann, warum sieht man denn die nicht? Das ist doch scheiße! Was hab ich denn da? Handschuhe. Elementarmreif, Teufelchen ringen. Hebe Frost- und Brandangriffe auf. Hebe Frost- und Brandangriffe auf. Nein, kaufen. Handschuhe, Hammer, Kriegsarmband. Neun und zwölf. Welter entgegensteht? Nebelamulett. Ist jeder eigentlich dabei, was das Zeug bringt? Jeweiß eins mit Verteidigung. Was kosten am meisten? 16,11? 15,57. Zwei und fünf. Jetzt kann man nur die Schalott tragen. Was ist denn der Scheiß jetzt? Drei, vier. Fünf, zwei. Mann, er sagt neun, zwölf. Ah, okay, die Magie steigt da mehr. Magie steigt hier 4-2-2. Ach komm, jeder kriegt so'n Dämon-Handschuh, oder? Charlotte kriegt so'n Abwehrring. Oh, gute Wahl. Sieht gut. Oh, gute Wahl. Das ist eine gute Qualität. Hm, komm wieder. Die haben ja sowieso die Königin unter Kontrolle gehabt. Klar, ich laufe jetzt einfach durch. Zeigt mir die Monster. Zeigt mir die Monster. Zeigt, zeigt, zeigt mir die Monster. Zwei gefährden den Gnome als Schutzelementar. Die Waffenschmiedekunst ist legendär. Oft bauen sie für ihre hochwertigen Waren benötigten Mineralien selbst, aber... Hä? Ach so, oft bauen sie für ihre hochwertigen Waren benötigten Mineralien selbst ab. Okay, jetzt hab ich den Satz. Hab'n bisschen gedauert. Alter, halten sie sich? Ich hab'n schön, was glaubst du zu müssen? Alter. Ich werd' hier mal einfach locker wegkaubern. Äh, ach du Pferde! Alter. Das war noch kein Hinterhalt. Der ist einfach hochgesprungen. Ähm. Ich komm' hier nicht durch. Warte, ey. Versperr den Weg. Ach was. Wer hat dir das gesagt? Wer hat dir das verraten? Ich hoffe ja, dass wir jetzt ein Purpurzauberer weghauen dürfen. Weil der geht mir auf den Senkel. Weißt du, ich bin super mächtig. Trotzdem hau' ich ab, wenn ich irgendwo ne Alarmglocke höre. Verdammtes Weichei. Ist auch nix. Oh, doch da. Oh. Mimikri. Kriegsarm. Ach, du wirst mich verarschen, oder? Weiß, ich kauf mir die Scheiße und dann bekomm ich sie geschenkt. Das ist nicht in Ordnung. Da hätten wir sagen was. Mich mal interessieren, ob die wieder aufgefüllt wurden. Da oben sind die Viecher. Kann ich da eigentlich drüber? Nein, keine. Alter, das sind drei von denen. Warte mal, geh' ich jetzt da einfach nur drüber? Wahrscheinlich, ne? Hallo. Ich bin hier, um alles zu plundern. Fahler Sturm. Das ist der zweite gewesen, den ich kaufen konnte, oder? Ich versuche mich schon ein bisschen zu verarschen. Nein, 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 nein. Das ist eigentlich ein bisschen zu verarschen. Das war so. Das ist eine andere, die wirken. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Wobei ich es ja immer noch cool finde, dass die halt so einfach so in die Richtung so, ja, hey, hä, ah, das Ding muss ich wahrscheinlich zerlegen, ne? Ich meine, da kommt eine fremde Macht zu mir ins Schloss und dann stehen außen meine Leute und gammeln rum. Wer hat denn das Ding beigebracht? Ich bin die Waffe vom Schloss, äh, Wache vom... Ach, da hinten sind Bretter, ich dachte, der baut irgendwer was ab. Bisschen Energie tanken. Geht's denn da schon wieder hin? Wache, ihr seid schon fertig. Wache, ich hoffe, ich würde mich jetzt gerne mal irgendein Gegner kippen. Also irgendein von den Obermotzen, Alter, ich meine, die werden einfach alle verrech. Verrech, einfach alle. Oh, ich meine, die werden einfach alle. So. Yeah, 3-5 Lucre. Money, money, money. Zäh, Monster haben keinen Anstand, wie die hier einfach alles wegfackeln. Wie schaut's hier aus? Auch nicht. Party! Tanz um das Feuer. Gold-Sachen-Samen. Ja, das ist auch wieder kein Fragezeichen. Sachen-Samen. Was soll der Scheiß? Äh, oh. Natürlich kann ich da nicht rüber. Ihr wollt mich schon fertig machen, oder? Jetzt holen wir uns erst mal das Ding da drüben. Und eins und zwei. Und zack. Zäh, zack. Zäh, zack. Nein, ich brauch diese Scheiß-Samen nicht, Alter. Gib mir doch eigentlich mal den bisschen, was ich brauch. Ist da hin doch irgendwas? Nope. Nope. Hey. Ich bin sehr gut gemacht. Ich bin sehr gut gemacht. Ich hoffe, dass du gut in dem Zeug wirst. Ich meine, mit Kindern ist halt 10 Stück. Alter! Warte mal, bringt das überhaupt nichts? So, jetzt reicht's aber. Warte mal, bringt das überhaupt nichts? Warte mal, bringt das überhaupt nichts? Ist doch voll behindert. Ich meine... Ist das ein... Ist das ein extra blödes... Hä? Wo ist denn der? Da ist er. Dämliches Einhorn. Geh zurück auf dein verdammtes Schachbrett. Wer hat gesagt, dass du da weg darfst? Äh, wieder goldener Sachen sahen. Kann ich jetzt die Barriere zerlegen? Die Barriere auf der oberen Ebene ist verschwunden. Ja, aber konnte ich nicht auch noch irgendwie nach oben gehen? Also hier ist nix. Warte mal, was ist denn? Warte mal, bitte. Warte mal, bitte. Warte mal, bitte. Warte mal, bitte. Wir müssen sicher sein. Warte mal, bitte. Worauf ist mein Geld? Kann ich das 혹시 mal schmerzen? Ist das eigentlich nichts? Eigentlich nicht. Wir haben alles durchgemacht. Find ich gut. Warte mal, dass es also beides weg sich ne... Oh... Warte mal. Was ist das für , Warte mal? Beste mal, Warte mal. So, jetzt gehen wir noch schnell speichern. Warte mal. Alter, 60 Stück. Verdammte Fee, Alter. Warum lässt du dich fangen? Jetzt, wo ich meinen dämlichen Wechsel machen will. Hätte ich doch vorher noch clever, aber ich glaube, ich habe die Gegenstände sowieso nicht. Oder? Nitromid. Kanonenzündstoff. Klassengegenstände. Scheiße, ich habe heute wirklich nichts. Dammit. Wer ist denn zauber? Keine Missgabe, wie er halt das überlebt hat. Ich fühle mich, als ob ich jeden enemy besiegen kann. Ja, wir können auch jeden enemy besiegen. Wenn ihr euch nur dumm anstellt, wie das eine Mal. Wobei, ich will ehrlich sein, da konnten sie nichts dafür. Da gebe ich ganz allein den Entwickler die Schuld. Ganz allein. Oh Gott, da ist es schon, oder? Scheiße, ich dachte, ich habe noch einen Raum vorher. Du bist zu spät. Du bist zu spät. Jetzt, wenn du willst, zu retten, die Faerie und die Königin, du musst mir diese Säge von dir geben. Mutter! Please do not move princess Angela Evil car Call me what you will I'll take that sword now if you move an inch I Cannot guarantee the lives of fairy or her majesty Oh So this is the sword of man Ha look at that the sword doesn't want to corrupt soul like yours anywhere near it The sword of man reflects the heart of its wielder good or wicked The dragon Lord's dark power will change the sword into a vessel of evil We've we've done it Ha 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 this sword of manna belongs to the dragon Lord No We're done here Now we must use the sword on each manor stone to release the seals on the benevolentons Dois You doing you promised I? Simply demanded the sword II never said I would spare any of you in the end Du hast keine Ehre. Ich käu mich hier und jetzt! Keine Ahnung, ich habe noch mehr Zeit für dich auf dich, heros Schmerzen. Aber keine Angst. Als wir alle von den Benevedons freiwillig, werden wir alle sterben. Sooner oder später. Du kannst jetzt leben und sehen, die Welt zu sterben. Wir machen es ein Gestalt für die Schmerzen. Ich bin so sorry. Du hast die Schmerzen, wegen mir. Ferry, es ist nicht deine Schuld. Du bist okay? Sie versuchen, die Benevedons zu retten. Also, was machen wir jetzt? Oh nein! Es hat bereits angefangen. Quick, lass mich zurück in dir. Ich zeige dir, was passiert mit der Schmerzen. Close deine Augen. Wow, spektakulär. Das ist schrecklich. Die Benevedons haben sich aufgewachsen. Aber sie haben nur nur gewöhnt. Wir haben immer noch eine Chance. Jetzt sind alle 8 Benevedons separate. Also, wenn wir alle einigen, bevor sie zusammen und verbinden, ihre Macht, der Welt noch nicht sein kann. Wir gehen zu den Manastonen. Ich brauche immer noch irgendwelche Klassengegenstände, Mann. Böse Fee, aber es gibt auch Klassengegenstände. Ich meine, es war ja schwer, dass mir mittlerweile egal ist. Ich meine, es hat das cool ausgeschaut wegen den Ranken außenrum. Außerdem war es viel zu groß. Kann ich eigentlich den Luft herrufen? Äh, Flämmchen? Ich werde dich nie vergessen, das Krimschlager und Liederlande haben. Ich werde es nie aufgeschlagen, den Krimschlager. Kann man es nicht anerkennen, wenn du dich nicht anerkennen kannst. Ich werde es nie um meinen guten Schleinen zu geben. dass du dich mit dem Dezemberlandes in der Stadt hängen wohnen kannst. Aber das ist alles anklernen. Die ein, zwei Sätze, was die bringen sind. Er wird es bekommen. Ich warte so lange, wie ich es muss. Ich kann das auch nicht verstehen. Aber wir müssen den Benevedon schützen. Wanderer. Der Wanderer. Der schwarze Wanderer. Lorenzi, ein Königreich des Windes. Ah, das ist der in der Burg, kann das sein? Nein, warte, der war in der Windhöhle, ne? Scheiße, muss ich da jetzt wieder reinlaufen? Äh... Wald von Wanderer. Warte mal, war ich da nie? Ich glaube, ich war da nie. Die Türen sind so... warte, diese schwarze Wanderer. Warte mal, es war hier nicht so schwarze Wanderer. Das ist, ich finde es relativ hell. Aber... Hä? Alter! Boah, ich wusste nicht, dass das... Was... Was mach ich hier? Das ist wirklich voll funny, Alter, dass es so laufen kann. was... Ich bin zu... ... Ich bin zuerst da. Oh, ich bin zuerst! Ich bin zuerst da. Ich bin zuerst da. Wir wollten mir jetzt nicht erzählen, dass ich jetzt da drinstehe, oder? Naja, nervt mich nicht, Flutti. Äh, Flämmchen, verdammt! Ich hab immer noch Luftti im Kopf, Alter. Ich hab viel zu auf Secret of Mana durchgespielt. Mindestens als Kind damals fünfmal und jetzt dann auch schon zweimal... Zweimal, glaube ich, auf dem Handy fast. Ne, einmal auf dem Handy fast. Einmal auf dem PC und dann nochmal auf der Playstation 4. Warte mal, wo ist denn das Ding? Da ist es, das halte ich doch mal anders. Hallo? Ja, das ist mittlerweile, glaube ich, der einzige Ort, wo ich mal Upgrade machen kann. Ich habe einen Spielzeug mit demnach. Und, wer ist das today? Ich habe einen Spielzeug zu mir und ich habe einen Bock. Oh, jetzt. Daher ist es doch ganz schlauert. Das kann ich nicht mehr für mich und ich bin da. Ich bin da nicht mehr für mich und ich bin immer für mich. Oh Gott, ich vollidiot, ne? Oh, Glück gehabt. Ne, warte, ich bin doch getebt. Also, Deppel geschoben aber halt. Das ist so, wie ich gedacht hab. Weil da ist ja... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wer jetzt das Level kriegt, ne? Weiß ich, dass ich da jetzt irgendwas für meine Klasse kriege? Was hat denn jetzt Salz damit zu tun? Wahrscheinlich am besten noch Speisesalz oder so'n Scheiß. Okay, wir gehen jetzt ein bisschen kochen. Wer ist die Klasse? Versuch, deine Klasse. Du ran, Alter, was meinst du? Sieht, dass du nicht das Klasse-Item hast, das du an einer neuen Klasse brauchen musst. Wer ist die Klasse? Äh, was? Versuch, deine Klasse. Sieht, dass du nicht das Klasse-Item hast, das du an einer neuen Klasse brauchen musst. Wer ist die Klasse? Was? Warum? Ich hatte noch sowas. Versuch, deine Klasse. Ah Scheiß, es ist wirklich für die Charlotte. Die wollen mich verarschen, oder? Für einen Doran bin ich extra zurücklaufen... Für einen Doran bin ich extra... Und daran... Ach, was weiß ich, wie er heißt, Alter. Extra zurücklaufen und... Oberklerikerin. Seherin. Nein, ausgezeichnet, unterstützungslasser Oberklerikerin können viele Arten von Heil- und Wiederherstellungsmagie-Zauber lernen, um jede Verbündung zu retten. Gezauerteffekte aufheben, die Waffen der gesamten Gruppe mit Zellemagie verzaubern. Was hat denn ich vorher eigentlich? Äh... Chance von 10% KT zu vollziehen, wenn man Schaden erleidet. Hackschlag. Wumms. Äh... Wir hatten, glaube ich, vorher, ja... Was haben wir vorher gehabt? Keine Ahnung, wie man Klerikerin, die soll heilen können. Hallo? Hä? Oh, du verarschst mich, oder? Ich wurde gerade verarscht, kann das sein? Ich meine... Ich... Ich habe zwei Klassen zu wechseln und kann nur eine nehmen. Ich fühle mich gerade ernsthaft leicht verarscht. Ich meine, das Outfit schaut auf jeden Fall besser aus wie das andere, aber... Du bist die Klerikerin, hör auf mit deinem Ding da rumzuhauen. Kombo, Kreis, 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 Dreieck. 400% Zwei Fähigkeitsplätze sind hinzugefügt, neue Aktionen, Fähigkeiten zur Ausbildung verfügbar. Äh... Es ist doch voll die Verarsche, Alter. Ich will Turan auch hochleveln und dann ist es die Charlotte. Die brauche ich doch nicht, Mann. Habe ich schon erwähnt, dass ich mich verarscht fühle? Aber nur ein bisschen. Nein, eigentlich so viel. Na, so ein Kiese, ey. Warte mal, Ausbildung. Charlotte. Holy shit. Mist. Okay, warte mal. Ausrüstungswerte. Okay, letztes Zeug auch noch. Oh shit, was mache ich denn da? Für die Ka-Leiste verbannen, Fähigkeiten gedauert und Status-Effekt um 50%-Hinterhalt. Knappe Sache. Okay, stellt mein Kampf beim Heilen, also bindet mit 30 TP oder weniger, 30% zusätzlich wieder her. Kampfeswelle, Defensive. Gemeinsamfähigkeit, Priester des Lichts erhöhten, TP-Grundwert um 30. Um 60. Was hat man noch? Überschreitung. Magie-Schaden. Alle 5 Sekunden 1 TP wieder her. Ja, aber alle 5 Sekunden. Ha. Ich fühle mich immer noch verarscht. Ist es noch behindert? Und ich habe mich noch gefreut. Geil, ich kann den aufleveln. Ja, ich will jetzt hier rumheulen, Mann. Das nervt mich voll. Ich habe mir gedacht, ich habe jetzt keinen Bock hier nachzuschauen. Knappe, ich habe noch ein paar Sekunde. Du warst noch mal so, wo waren wir als Erste? Wer war denn da hinten, ne? Also ich suche mir hier gleich einen stärksten raus. in einem Gebiet, wo wir nie waren. Ist der andere Benevedor nicht irgendwie im Schloss vom Heldenkönig? Heldenkönig in Anführungszeichen, weil er ja den Drachenherrscher doch nicht besiegt hat. Man sollte halt keinen, so einen Typen nicht den Job von einem Drachentöter machen lassen.